So, jetzt sitze ich hier wieder, nach einem tollen Urlaub, versuche die ganzen Eindrücke und Impressionen in meinem Kopf zu ordnen. Was sind das für Aufnahmen auf der Speicherkarte meiner Kamera und Drohne und wie kann ich daraus ein gutes Video machen? Was sind das für Aufnahmen? Was sind das für Aufnahmen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020